Wir haben noch TSV Bayern von Philippe Leverkusen, alle Katrin Elbeck. Und wir haben auch gerade vier, die stehen hier noch mal Charles Kavala, die hat das Ticket für die Jemen schon in der Tasche. Als Siegerin des Siegkampfs von Radien und zur Elke Leverkusen von Bayern Leverkusen, Jenny Rieser. Vielen Dank. Vielen Dank.